Solle Kitz, den Knaller zünden. Du, es zünd den Knaller. Du, es zünd den Knaller. Das war so geil. Oh, haben wir lange gelacht wegen der Scheiße, ne? Ja, ja. Ereignis war zwar nicht zum Lachen. Out! Gestern hab ich ein Bild auf mein Handy gesucht, ne? Ja. Da bin ich auf das Bild gestoßen. Von, von, von Dings. Von meiner Kiste, wie die auf dem Hubwagen ist. Ja, letztens auch noch mal gesehen. Das war geil. Das war echt, das war toll. Ey! Oh, die Kiste kurz und nur halb hoch. Aber da war die beweglicher. Da konnte ja auch mal mehr wiegen. Und du musstest ja nicht so... Weißt du, was ich immer richtig schrecklich fand? Alex Kiste, Junge. Die hat ja gefühlt so viel gewogen wie ein Auto. Hast du Penner mir gerade das Schild geklaut? Das war Luca. Schiebt das nicht alles so? Boah, weiß ich noch. Ey, Alex Kiste, Junge, wenn du die schieben wolltest. Da musst du vorher für Pumpen gehen. Hm, weiß ich. Die Kiste gehört, ist offen. Ja. Boah, ich will auf jeden Fall dieses Jahr, wenn, wenn ist, auf ein Finch-Konzert. Ich hab richtig Bock drauf. Oh, oh, hier sind welche auf jeden Fall. Wo denn? Ja. Ich höre hier auf jeden Fall welche. Ja, Steps von mir. Die hat gar nichts mehr. Dreck rausnehmen, den Scheiß. Hab ich. Wo ist die zweite? Aha, weg. Der Arschkrampen. Ja, da fehlen noch welche oder? Ne, wir waren drei. Ah, genau. Ah, genau. Und ich will es jetzt. Ich hab mich gedacht, ey geil, ist keiner. Naja. Wollen wir einen Bunga? Ja, Bunga. Komm her, Kollege, wo ist er? Komm her, Kollege, wo ist er? Ich hätte hier so eine Sniper, Marco. Mit so einem Holo-Visier. Ja, ich hab eine. Okay. Marco, geht schon mal die Leute rein? Das ist ja eine AK mit Dingens-Visier. Jetzt hab ich gar nicht gesehen. Ganzes Team ausgelöscht, Alter. Zum Glück ist mir das noch aufgefallen. AK mit Sniper-Visier. Ja, das ist noch einer. Noch ein ganzes Team bei mir. Da ist aber noch irgendwo wer, ne? Es waren zwei Teams. Ach, da oben. Ich komm mal dazu, Kollegen. Oder auch nicht. Alter. Alter. Ja, das war ein bisschen knapp. Oh, Alter. Ich werd von allen Seiten gerade abgefuckt. Er hat gar nichts mehr hier vor mir. Ja, da oben ist auch noch irgendwo wer. Ja, da oben ist auch noch irgendwo wer. Ja, perfekt. Ich hab vier AP, ne? Ja, kapp dich mal kurz mit vier AP legt. Boah, knapp, ey. Ich geh da hoch. Es sind da drei Teams, ey. Ui. Ich hab eben meine Pumpe nicht nachgeladen, Alter. Digger, ich geh da hoch. Es sind da fünf Leute oder so. Ui, da wurde mal kurz von allen Seiten angeballert. Was? Dass die alle so viel Obst dabei haben, Alter. Nur Obst im Haus. 4 AP. Ich will jetzt nicht sagen, Alter. Knopfbar. Aber wie viele Gegner wir schon getroffen haben, ne? Wie low die alle waren. Das ist ein Haken. Das ist ja lächerlich. Das sind welche. Ja, das sind welche. Entweder hier, wo ich jetzt hingehe. Oder hast du einen Schatten irgendwie. Lächerlich, dass da oben ein Haken ist, ne? Hier ist doch Blut. Ja. Hauptsache wir haben hier einen Haken. Das ist ein Witz. Na gut, du würdest ja eigentlich hier Steps dann sehen. Aber wir können mal hier den Dings annehmen. Warte mal. Hast du einen Sniper, oder was? Ja, mit so einem kleineren Visier. Also, ja. Ich hab eine normale und eine mit kleinen. Also Kopfgeld, ne? Ja, ich kann annehmen. Das ist der Tempo. Du! Alter, ging es aber kurz runter, ey. Hey, der Witzka. Kurz erschrocken. Hey, der Witzka. Hey, mich aber kurz erschrocken, du. Jana geht weiter, ne? Ja. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Kein Problem. Sehr gut, warte mal. Sehr gut. Warte mal. Sehr gut. Hä, wo haben wir den gepinkt? Nee. Ach, du bist über das Pet-Ding gegangen, ne? Ja. Siehst du die, wenn ihr pink schonmal? Nee, deswegen lande ich auch hier links ein bisschen. Dass wir ein bisschen High-Ground haben. Weil ich seh die jetzt nicht. Ich seh bei mir den Seilang. Ja, bei mir auch. Hier links irgendwo. Ach, da unten. Ich seh da mal hinterher, ne? Würde ich sagen. Hier so, zack. Ah, hier bei mir ist einer. Hier oben. Einer Snog. Ja, ich hab einen Header hier eben. Rausgenommen. In den Poe erschossen. Du hast auch einen? Ja, noch irgendein Moment schießen. Ach, da unten. Komm mal her, mein Lieber. Ich zeig dir mal kurz hier. Das ist meine Sniper, ein guter Freund. Das ist ein guter Freund von mir, die Sniper. Ich war ein bisschen drüber, wa? Ja, ich hab einen kurzen 290er Header hier eben. 92? 290. Achso. Verzahlen, 92? Ja gut, 92. Ja, bestimmt. Wäre komisch gewesen. Okay, ich spiele zwar nie Pumpe, aber irgendwie ist die Autopumpe mein Freund geworden. Die Autopumpe ist geil. Lass mal schnell den Turm machen, der uns hätten es auch gut geholfen. Der Turm, ja, da oben sind auch schon die komischen Hampelmänner. So, der Typ ist schon mal tot mit der Marke. Der nächste auch. So, haben wir das Ding auch erledigt. Ich war noch mal stärker. So, dann geht mal hier mein AK holen. Hier ist die Karte. Ja, ich lass kurz meine Pumpe dafür liegen. Aber ich hau mir kurz den Bigness hier mal rein. Der Span hat 20, Alter. Guck mal, was hier oben noch so liegt. Hier liegt eine blaue AK. Haken. Hast du den Haken? Ey. Was sagen, Alter. Wir finden die Welt schon jetzt? Wo wir die kaufen? Wo war die blaue AK? Ja, da unten. Ich brauche es auch noch mal kurz hin. In meiner Tasche. Oh, also. Guck mal kurz hin meine Pumpe wieder. Waffen sortieren. Zeig. 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 Jetzt können wir irgendwo Kopfgeld annehmen. Ja, in der Störte. Ja. Du bist, wo ist es? Wir sind schon bei Reckless Way? durchgespielt auch so ich kann ja kein sturmgewehr muss nicht mehr aufsammelt ich hab 528 und voll ich hab 460 noch mit schottjahn voll mit mp voll mit allem voll meine lunge ist voll was meine leber ist voll ich bin voll also immerhin sehen wir jetzt dass wir in die richtung irgendwie müssen ist ja schon mal super wo sind die ganzen je schnaß wird doch irgendwie nicht geballert oder so ne ich sehe auch keine marke gar keine wir sind nicht meiner nähe von der marke hat nicht so geil alter schön ja weg mal da hoch aus einer andere insel als sonst ist die geil ist der kohle dass wir gesagt dass man kurz auch diese kleinen inseln dabei ne ja feier ich wo nehme ich denn das ding hier ein nicht cool muss ich sagen wo ist die zu bearbeiten nach unten wahrscheinlich war dann kann ich mir eben eine richtige sniffer machen schmidt rüber das ding schmeiß her den loot ja genau so auto da ist maschinenpistole da ist doch noch da ist eine goldene maschinenpistole die frage ist was wird es eher eine maschinenpistole oder sturmgewehr ich spiele mal sturmgewehr fast ich habe aber alles ich habe ja alles dabei ne ich habe ein sturmgewehr da unten eine mp na gut die habe ich halt gerade nicht wo ist denn hier die scheiß bearbeitungsstation ja wenn du mir sagst wo die ist dann gehe ich auch mal da hin na weiß ich noch nicht äh sicher dass hier eine ist ja ja die sitzt auf der karte hier im raum wo kann ich das magazin ändern auch da ja 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 das linke ist ein großes das recht ist schnellladen magazin aber ich habe bisher gefühlt sei ich ehrlich noch kein unterschied gesehen auf das schneller lädt so hier ist auf jeden fall so ein ding da links wird geballert ah ich sehe sie wo ah ja da unten 116 kein 116 105 der erste der vorder ist der jetzt echt nocked den ich angeballert habe ich muss nachladen ich treffe nicht ich habe auch fast keine muni auf jeden Fall gefühlt schieße ich die ganze zeit durch den durch lass mal hin da ich habe die schnauze voll jetzt hier ja warte 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 hast du das zeit von muni ja hier so viel wie die hier ballern ich habe schnauze voll direkt hinter den landen ey warte lass erst den hier holen die zwei ich bin so weit oben einer weg gleich rausnehmen wie das mit uns auch immer machen wixer hab ich gut war's das ja die ganze zeit hier wie so ein knecht von da oben zugeguckt ey steigt die schnauze voll ja ab nachdem die ersten nachdem die ersten schüsse sonst wo sind und irgendwie nicht connected haben hat die schnauze voll so vorne sind wir sogar lassen wir da vorne zu der hütte da sind wir voll in der zone mega geil boah dann sind wir ja so gut in der zone vor allem hier liegen diese raketenwerfer munition ich habe noch nie raketenwerfer gesehen ne ja es gibt jetzt so einen schneeball launcher in hier wird jetzt so eine schneeball launcher so tag aus auber dach hier 30 ich hab jetzt 33 ja die ganze finden die geschenke ja kommt gefühlt jedes jahr wieder rein mir stört mich dass wir hier sind die kiste das problem ist ja naja hier werden das sniper ja naja stimmt er hat recht wir müssen erst die andere zone das war dahin die andere hälfte ja ja ich weiß aber die zone kommt jetzt ja links links von uns sind welche glaube ich das ist auch nur noch das team und einzelnes also ein einzelner da 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 wir uns gesehen und absehner der hintere oh ja ich brauche etwas auf oben da links 105 nachladen wo der snipe achtung die müssen zu uns die müssen zu uns ja weiß ich weiß ich weiß ich 116 dem musst du rausholen den kannst du nicht sehen ja ich sehe den auch nur so ein bisschen die ganze zeit weil er die ganze zeit wieder nach links weg rennt das schöne ist dass sie zu uns müssen wir push doch nicht so weit nach vorne eine warte 105er selbst ich habe ja noch es kommt keine zu dir ist doch da war einer direkt am weg 116 er muss so tot sein habe ich muss nachladen rechts auch rechts da auch passt auch das wurde wiederbelebt ja ja egal dass da ganz hinten noch da können wir uns jetzt nicht mehr beschäftigen rechts ist ein auto jetzt auto lassen wir schnell zu unserer hütte das war schnell zu unserer hütte da da unten auf der insel ich treffe die ganze hütte irgendwie ich habe manchmal das gefühl dass manche saudi großen hitboxen haben doch da sind zwei hinter dem baum das dach hat auch irgendwie voll die fette hitbox links müssen ja irgendwelche seine 105 war einer am baum dort jetzt im busch der rennt nach rechts weg ja wenn ich den treffen würde habe ihn hast du ich habe keine der sniper ohne links der pimmel ja komm her ich habe noch 38 schuss da der andere ist bei dem oben im busch scheiße wo sind die anderen ist da der andere ist da jetzt kann man links weg 116er zone schon wieder aber jetzt haben wir ein problem müssen direkt zu denen im wasser ist wer ein 32er müssen zu den vollen dingen einer ist bei uns ja ist da und er ist da hinterm stein 110 es ist noch ein bisschen drauf kommt bei dir hab ihn hab ihn hatdie verspannte runde 8 Okay.